Intro ist durch, da bin ich wieder. Ja, lasst uns gleich mal anfangen mit dem Review hier von dem AceTech Chronograph, den AC6000 Mark III BT in der Exklusiv Edition. Von diesem Chrono gibt es drei Varianten. Den einen habe ich ja hier in der Hand und zwar mit der Exklusiv Edition. Dann gibt es den eigentlich auch mit BT, also nur mit Bluetooth und einmal ohne Bluetooth. Der ohne Bluetooth ist der günstige, der kostet 89 Euro, mit Bluetooth Funktion 99 Euro und die Exklusiv Edition kostet 109 Euro. Wo sind die Unterschiede? Abgesehen jetzt hier, dass bei dem ersten das Bluetooth fehlt, bei der Exklusiv Edition haben wir hier noch ein schönes Case mit dabei und hier der Tube, wo ihr reinschießt, ist hier nicht aus Kunststoff gefertigt, sondern aus Aluminium und hält ein bisschen mehr aus als die Kunststoffröhre. So, damit ihr nicht weiter in die Röhre schaut, fangen wir jetzt mal an mit dem Lieferumfang und dazu packen wir mal das gute Stück hier aus. Wenn ihr den Karton öffnet, dann könnt ihr schon sehen, was die Exklusiv Edition so mehr hat als die anderen Chronos, denn wir haben hier ein schönes Case, hier auch noch mal in einer Folie eingepackt. So sieht das Ganze aus. Hier auch noch mal mit einem kleinen Tragegriff. Wenn wir jetzt den Reißverschluss mal aufmachen, sieht das in dem so aus. Da haben wir hier noch mal ein kleines Fach, wo die Anleitung mit dabei ist. Dann haben wir hier noch mal ein USB-Ladekabel und dann hier auch noch mal den Chronographen selber. Der ist jetzt eigentlich auch noch mal eingepackt. Ihr seht, ich habe das Ganze noch gar nicht aufgemacht. Das ist also wirklich mit euch zusammen. Pack ich jetzt hier den AC6000 aus. So sieht er aus. Schön stabil, hochwertiger Kunststoff und hier halt das Besondere bei der Exklusiv Edition. Hier der Tube ist hier aus Aluminium gefertigt. Geht hier auch noch ins Innere ein bisschen rein. Dass wenn hier die Bibis mal ein bisschen schräg aufkommt oder so, dass hier der Ring nicht zerstört wird. So, ich lege das mal alles ein bisschen zur Seite. Dann haben wir jetzt also hier das Ladekabel. Dann haben wir hier dazu noch eine Folie. Die bauen wir auch gleich ein, um die Sensoren ein bisschen zu schützen. Dann hier die Anleitung in Englisch und in Chinesisch, glaube ich. Dann gibt es hier noch mal so eine Ace-Tech-Karte. Und hier ist auch noch mal die Box. Also richtig, richtig viel Zeug. Schauen wir uns mal die Stromversorgung an. Die befindet sich hier auf der Rückseite. Da haben wir so ein kleines Fach. Wenn wir das mal aufmachen. Ist im Lieferumfang schon ein 18650er Akku enthalten. Hier nochmal mit einer Schutzfolie. Die zieht ihr einfach ab. Ich nehme mal gleich nochmal den Akku raus und könnt ihr euch den auch ansehen. Also nichts Besonderes. Da könnt ihr auch, wenn der hier mal kaputt gehen sollte, Standard 18650er Akkus nehmen. Hier einfach einlegen. Und das Schöne, dieser große Akku garantiert euch, dass ihr ja niemals leer läuft. Also ich weiß nicht, auf der Internetseite habe ich nichts gefunden, wie viele Schüsse man hier durch den Chrono jagen kann, bis hier der Akku irgendwann mal alles. Aber ich denke mal, das sind ganz schön viele. So, weil wir hier hinten sind, schauen wir uns noch ein weiteres Feature an. Wir haben hier auch nochmal ein Gewinde. Da könnt ihr den Chrono auch ohne Probleme an einen Standard-Stativ festschrauben. Ja, schalte ich mal den Chrono an. Ein Knopfdruck. Und ihr seht ihr, geht hier ein Farbdisplay an. Da sehen wir einmal hier oben die Poweranzeige, wie viel Akkukapazität wir noch haben. Dann haben wir links Joule, dann Joule pro Quadrat, dann die eingestellte Kaliberangabe 6 mm und 0,2 g. Und dann haben wir darunter die Rounds per Second und unten die Feet per Second. Ja, seht ihr, die Werte werden angezeigt. Das mache ich mal Dauerfeuer, damit wir mal die Rate per Second haben. Ja, wird ordentlich angezeigt. Wenn ihr wissen wollt, was ihr so verschossen habt, geht ihr hier mit der Wippe einmal nach rechts. Dann könnt ihr euch sozusagen die Historie von eurer Chrono Session angucken. Ich habe also 27 Schüsse gemacht und dann können wir hier uns auch hier durchhangeln. Und dann habt ihr auch auf der rechten Seite den Maximalwert, den Minimalwert und auch den Durchschnittswert. Ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter. Dann haben wir das Ganze auch nochmal vereinfacht. Ich haue mal nochmal ein paar raus, damit ihr seht, wie ihr sich das hier bewegt. Ja. So, dann gehen wir mal eins weiter. Dann kommen wir jetzt hier zum Einstellungsmenü. Und das ist eine richtig schöne Sache. Da könnt ihr euch nicht den Chrono so einstellen, wie ihr es benötigt. Und oben, sehr spannend, wir haben hier die Möglichkeit, Munitionssorten und Kaliber abzuspeichern. Ich gehe mal rein. Da haben wir fünf Slots, die ihr belegen könnt. Vorgegeben von AceTech sind so die Standardwerte. Das heißt, ihr könnt euch das Ganze auch individuell einstellen, wenn ihr zum Beispiel 4,5 Millimeter habt, Diabolo oder auch 8 Millimeter oder die 68er Rubberballs, könnt ihr euch das Ganze einstellen. Dazu sucht ihr euch einfach mal einen Slot aus. Ich nehme mir mal den letzten hier, den fünften. Dann geht er nach rechts. Und jetzt könnt ihr euch individuell hier alles einstellen. Der Maximalwert ist hier jeweils immer 9, heißt also, ich kann jetzt hier gehen auf 9,9, obwohl es sowas nicht gibt. Aber ich zeige euch das mal. Ich stelle euch mal das Maximale hier ein. Auch Kaliber können wir hier bis auf 9 gehen. Und wenn ihr hier diesen Wahnsinnswert hier eingestellt habt, geht er wieder nach links. Exit und dann ist es eingestellt. Ich gehe mal nochmal zurück auf den ersten Screen. Hier könnt ihr nämlich die Krono, die Kaliberangabe ganz schnell einstellen, indem ihr hier mit der Wippe mal kurz nach links geht. Seht ihr, hier wird jetzt die Kaliberangabe orange markiert. Und jetzt könnt ihr mit der Wippe hoch und runter euch durch diesen 5er Slot wählen. Gehen wir nach unten, war ja der letzte. Nummer 5. Seht ihr, jetzt habe ich hier das Ganze ausgewählt. Dann einmal wieder nach links drücken. Dann ist es bestätigt. Und jetzt könnte ich mit diesem Wert weiter kronen. Wenn ihr ihn wieder ändern wollt, wieder nach links. Und dann geht er hier wieder nach oben. Dann stelle ich hier wieder 0,2 ein. Und dann geht es mit diesem Kaliber weiter. So, gehen wir mal wieder zu den Einstellungen. Kommen wir zu den Unit. Auch interessant. Hier könnt ihr euch den Krono einstellen, was ihr am liebsten sehen wollt. Da haben wir hier oben einmal den Rate of Fire. Der steht jetzt gerade auf Rate Round Per Second. Könnt ihr auf Minute stellen. Gehen wir mal wieder zurück. Speed könnt ihr Feed Per Second, Meter Per Second einstellen. Gewicht, Gramm oder Grain. Energie, Joule oder ja, weiß ich nicht was es ist. Feed Per, hast du nicht gesehen. So, und dann gehe ich hier wieder raus. Das nächste ist APO, Automatik Power Off. Wenn der Krono nicht benutzt wird, schaltet er sich automatisch jetzt hier nach 20 Minuten ab. Das könnt ihr auch individuellen Stellen. Nächstes Ding, Helligkeit. Ihr könnt auch die Helligkeit verstellen. Ich habe jetzt hier Helligkeitsstufe 1, damit das hier auf der Kamera noch gut zu sehen ist. Ich kann hier mal reingehen und seht da, kann hier bis zu 10 machen. Jetzt überblendet das alles. Ich gehe mal wieder zurück auf 1, damit ihr das wieder sehen könnt. So, dann gehe ich hier wieder raus. Nächstes Ding ist auch richtig cool. Habt ihr hier eine Alarmfunktion. Und zwar, wenn ihr eine gewisse testen wollt, zum Beispiel eine 0,5er, ob die auch artig in 0,5 bleibt, könnt ihr euch hier einen Alarm schalten. Ich habe jetzt hier mal voreingestellt 0,59 Joule. Gehe ich mal hier auf On. Und habe mir auch die Feed per Second passend eingestellt, weil nicht auf jedem Screen immer die Joule angezeigt wird. So, jetzt gehe ich hier mal raus. Und jetzt testen wir das Ganze mal. Es gibt nicht einen kleinen Unterschied. Wenn alles im grünen Bereich ist, wird jetzt hier bei Joule alles in weiß angezeigt. Ich habe jetzt hier mal eine GBW-Pistole, die weit über 0,5 ist. Müsste so eine 0,6, 0,9 sein. Passt mal auf, was passiert, wenn ich jetzt hier reinschieße. Seht ihr, was passiert? Das wird jetzt rot angezeigt. Sobald ich den Wert überschritten habe, wird das Ganze rot angezeigt. Ich gehe mal hier eins weiter. Seht ihr auch hier, bei Feed per Seconds wird das Ganze jetzt rot angezeigt. Ich schieße mal nochmal ein paar durch. So, ich gehe mal nochmal eins weiter. Seht ihr hier auch. So hangelt sich das Ganze durch das ganze Menü durch. Und das ist richtig eine schöne Sache, vielleicht auch so für Airsoft-Spielfeldbetreiber, die den Krono durchführen, dann können die gleich sehen, bei Rot, da stimmt irgendwas nicht. Dieser letzter Schuss bin ich noch im grünen Bereich mit 0,58. Ja, und wenn er den Krono nicht mehr braucht, einmal draufdrücken und dann geht der Krono aus. Kommen wir nun zum richtig coolen Feature und das ist die Bluetooth-Verbindung mit dem Kronografen. Ihr könnt euch für Apple und Android bei AceTech eine passende App runterladen. Das habe ich hier schon mal gemacht. Dann schaltet ihr den Kronografen an, drückt auf die App, dann dauert es einen Moment und dann wird das Gerät hier gleich angezeigt. Dann drückt ihr hier auf Verbinden und dann seid ihr auch schon drin. Das Schöne, wir gehen mal hier dieses Display einzeln durch. Hier könnt ihr alles verstellen und einstellen, was ihr auch auf dem Kronografen hier per Hand machen könnt. Und ihr könnt hier auch noch ein bisschen mehr. Ja, fangen wir an. Erstes Ding ist hier Nummer oder Zeit. Ihr könnt ja gucken, wie viel Zeit ihr für die Schüsse gebraucht habt. Also wenn ich jetzt schieße, nochmal schieße, genau die Zeit dazwischen wird gemessen oder halt nur hier Anzahl der Schüsse. Dann haben wir hier Rounds per Second oder Rounds per Minute. Dann haben wir hier Feed per Second, Meter per Sekunde. Dann könnt ihr hier Joule einstellen oder hier wieder dieses, weiß ich was es ist, Feed per, hast du nicht gesehen, Joule per Quadrat. Ich gehe nochmal auf Joule zurück. Dann habt ihr hier die Munitionssorten, könnt ihr hier auch einstellen. Dann drückt ihr hier drauf, habt ihr hier die sechs Sorten. Jetzt wähle ich hier mal das hier aus oder hier. Ja, und dann seid ihr ganz schnell drin. Was ihr seht, meine eingestellten Werte hier, diese 9,999 sind hier nicht dabei. Das heißt, ihr müsst euch das hier alles selber für die App auch nochmal einstellen. Das Einstellen funktioniert hier oben. Dann habt ihr hier diese drei Striche. Wenn ihr hier drauf drückt, könnt ihr hier bei Munition-Einstellung loslegen. Dann gehen wir hier auch nochmal bei Nummer 5 und machen wir mal 68. Und ja, wie viel Gramm? Machen wir mal 9 Gramm. 9, 9, 9 Gramm. So, und das nimmt er. Gehe ich mal zurück, zurück. Und dann kann ich das jetzt hier einstellen. Da habe ich jetzt 68er Rubberballs mit 99 Gramm. Ob es überhaupt gibt mit 99 Gramm, glaube ich wohl eher weniger. So, dann würde ich sagen, schalten wir hier nochmal das Richtige ein, 6 Millimeter. Und dann starten wir mal den Krono. Ich nehme mal hier wieder meine Chris Vector. Machen wir erstmal Einzelfeuer. Und ihr seht, die Krono-Werte werden jetzt hier angezeigt. Ich mache mal Dauerfeuer. Ja, reicht erstmal. Und dann könnt ihr sehen, haben wir hier alle Werte drin. Und ich kann jetzt hier auch umschalten von Rounds per Second auf Rounds per Minute. Und ihr seht auch, ändern sich auch die Werte. Auch wenn ich hier von Feed per Second auf Meter pro Sekunde gehe, ändert sich das auch. Wenn ich hier auf Joule von Feed, äh, warte mal hier, pro Quadrat, ändert sich das auch alles. Also ihr könnt euch hier so individuell einstellen, wie ihr es möchtet. Finde ich richtig cool. Wir sehen hier auch den Maximalwert, den Durchschnittswert und den Minimalwert. Und das Tolle ist, wenn ich jetzt hier auf den Knopf drücke, kann ich mir das Ganze auch speichern, damit ich mir das auch später mal angucken kann. Test. Und dann habe ich das jetzt abgespeichert. Hier bei den Pinseln, wenn ich hier drauf drücke, kann ich das Ganze löschen. Jetzt ist es wieder weg. Und, äh, hier kann ich mir meine Werte wieder anschauen. Wenn ich jetzt hier auf Test drücke, kann ich mir nochmal den Test anschauen. Und dann könnt ihr euch sozusagen hier, ähm, ja, eure ganzen Chronos, die ihr mal gemacht habt, könnt ihr hier so Vergleichswerte zählen. Ist auch eine richtig schöne Geschichte. So, nächste, finde ich auch richtig cool. Haben wir hier einen, ähm, ja, einen Energierechner. Hier kann ich, äh, eingeben, könnt ihr hier also Kalibereingabe, und das könnt ihr Kalibereingabe nehmen, dann machen wir hier mal 6 Millimeter. Gewicht. 2. Speed. Weil mal 200, was waren die 295, sind, glaube ich, da müssen so 0,9 Joule sein. Gucken. Draufdrücken. Naja, nicht ganz. 0,808 Joule ist das Ganze. Und das könnt ihr hier auch nochmal, ähm, für umgekehrt machen. Wenn ihr die Joule wisst und wollt wissen, wie viel Feed Per Seconds das sind, nehmen wir hier auch nochmal, äh, 0,20 Gramm. Energie. Joule, sagen wir mal, ja, 0,5 Joule. Dann haben wir hier Input Error. Ach so, wir dürfen keinen Komma, wir müssen mal Punkt nehmen. Punkt. Das bringt da hier einen Error. Ja, sind den Feed Per Seconds, also 231 FPS. Ja, und das ist ein richtig schönes Tool, wenn ihr mal irgendwas nachrechnen wollt. Wenn ihr auf einer Seite was sieht, oh, das Ding hat so und so viel FPS. Hm, wie viel Joule ist denn das? Und dann könnt ihr das hier ohne Probleme ausrechnen. Und das, finde ich, ist eine richtig schöne Sache. Ja, und da sind wir auch schon am Ende angekommen. Und wie angedroht, kommt zum Schluss noch mein persönliches Fazit und meine Kaufempfehlung. Ja, wenn ihr generell noch keinen Krono habt und ihr braucht einen Krono, ich denke mal, dann seid ihr bei der Firma AceTech wahrscheinlich auf der sicheren Seite. Es gibt auch noch andere Kronografen. Da ist ja wirklich eine ganze Menge auf dem Markt unterwegs. Der AceTech ist eine richtig schöne Sache, sehr robust gebaut. Es gibt drei Varianten von dem AC6000, da ist wirklich für jeden was dabei. Die Preisdifferenz, ja, ist eigentlich gering. Das ist immer nur 10 Euro Unterschied. Also wenn ihr den normalen AC6000 nimmt, der kostet 89 Euro. Mit der Bluetooth-Funktion, das ist 99 Euro. Ich empfehle euch auf jeden Fall die Bluetooth-Funktion. Denn gerade mit der App könnt ihr hier eine ganze Menge machen, habt ihr ja gesehen. Aber wenn ihr noch einen 10 da drauflegt, ja, dann habt ihr die Exklusiv Edition. Dann kommt das Ganze hier noch mit diesem Täschchen und das Ganze hier auch noch mit einem Aluminiumring. Also alles noch ein bisschen stabiler. Also 10 Euro, ich denke mal, machen den Kohl auch nicht fett. Von daher ist da für jeden was dabei. Und wer richtig sparen will, es gibt noch den AC5000. Das ist das Ganze richtig abgeschmeckt mit einem Monochrom-Display. Hatte ich, glaube ich, auch mal in einem Review vorgestellt. Verlinke ich euch da. Ja, apropos verlinken, wenn ihr Interesse habt, das Ganze zu kaufen, Ich packe euch auch die Produkt-Links unten in die Videobeschreibung. So, ich hoffe, das war jetzt alles. Das letzte Wort zum Sonntag ist aber noch nicht gesprochen, denn das kommt jetzt. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, klickt mal da oben drauf. Unten gibt es ein weiteres Video von mir. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bleibt mir alle gesund und munter. Man sieht sich. Tschüss. Vielen Dank.